Auf geht's, Chorizo! Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bingo! Das Militär hat sie. Bembe, warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Mutmaßungen sind Zeitverschwindung und Zeit ist Dillt. Nimm die Sache selbst in die Hand, Oras. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Ach, das muss Raphael sein. Mierda. Silenzio! Okay. Oh, michelle! Ich bin der Körner. Ich bin der Körner. Ich bin der Körner. Was ist das? Das war's für heute. Bitte! Gott, lass mich überleben! Verfindet ihr! Bitte! Ich will doch nur nach Hause! Muchas gracias, Paula! Komm her! Gracias. Hat Bembe dich geschickt? Si. Bist du, Rafael? Ich hab Papiere für dich. Sie liegen im Truck in der Nähe. Bembees Kunden stehen drauf. Beeil dich besser. Und was machst du? Ich geh zurück in mein Atelier. Ich muss noch mehr Kunst erschaffen. Bembe, ich hab deine Kunden. Und deine Papiere von Rafael. Okay, Rojas. Dann bring meine wertvolle Fracht zum Hafen. Ja, okay. Geht ihr so ein Guter hinten? Okay, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Das Ware? Ich hab ein Laster voller Menschen hier. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Das Boot wartet. Das Boot wartet. Papiere. Ein Moment, Weihnachtsbäume? Wachsen die denn hier? Mexikaner zahlen nicht viel dafür. Was denkst du, wie der Präsident der Marias neues Gesicht bezahlt hat? Na gut, weiterfahren. Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Ah, Momento Amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum? Die nicht? Geschäftsausgaben. Was soll denn das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Paolo, gute Neuigkeiten. Du bist Bembe los. Das war ein echt übliche... Entschuld'n. Grazie. Stani, aber das bleibt unter uns. Talia hasst alles, wofür Bembe steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Ich kann dich leider nicht schmecken. Dann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020